Musik So, eine neue Folge. Junge Naiv, mal wieder auf Deutsch und wir haben ein neues Gesicht. Magst du dich kurz vorstellen? Michael Vesper. Ich bin Generaldirektor des Deutschen Olympischen Sportbundes, abgekürzt DOSB. Das ist das National-Olympische Komitee für Deutschland und der Deutsche Sportbund zusammengemixt. Wie wird man sowas? Indem man gefragt wird, sich bewirbt. Das war damals, als diese beiden Organisationen zusammenkamen, im Jahr 2006. Da hatte ich gerade nicht so viel zu tun. Da war ich Landtagsvizepräsident in Nordrhein-Westfalen. Da hat der Thomas Bach mich damals gefragt. Du warst Politiker? Ich war Politiker. Ganz lange sogar. Warum wird man als Politiker dann Chef von einem Sportverband? Naja, aus völlig unerfindlichen Gründen haben die Wähler im Jahr 2005 die Rot-Grüne Koalition in Düsseldorf, in Nordrhein-Westfalen, abgewählt. Und dann war ich, nachdem ich zehn Jahre Minister und stellvertretender Ministerpräsident gewesen bin. Echt? Von was? Von Nordrhein-Westfalen. Ja, aber was für Minister? Städte bauen, Wohnen, Kultur und Sport. Da war der Sport schon dabei. Hat ja gepasst. Genau. Und deswegen haben die dann gedacht, ich könnte vielleicht diese neue Organisation mit sehr vielen Mitgliedern, über 27 Millionen, in 91.000 Vereinen, könnte ich anleiten. Und das habe ich dann gerne gemacht, weil ich es ganz gut finde, wenn man nicht auf Lebenszeit Politiker ist, sondern auch mal was anderes macht. Und warst du früher Sportler? Ich habe Tischtennis gespielt in der Jugend. Dritter in der Mannschaftsjugendmeisterschaft von Nordrhein-Westfalen. War mein größter Erfolg, aber ich war selber nicht so erfolgreich. Ich war mal Leichtathlet, Fußballer, Schwimmer und Badman-Spieler. Alle Achtung. Ich war darüber hinaus noch Fußballer und ich habe auch Tennis gespielt und so, aber nie auf Leistungsniveau. Du? Ja, ich habe überall Landesmeisterschaften gewonnen. Und warum nicht Olympia? Weil ich habe immer gemerkt, dass irgendwann, dass man zu den wirklich guten, zu den Spitzenleuten, da muss man so viel investieren, das war es mir nicht wert. Also es war nur Sport für mich, aber auch nie mehr. Ja gut, das stimmt aber, dass jemand, der zu Olympia will, der Weltmeister werden will oder Europameister oder wirklich ganz vorne mitmischen will, der muss unheimlich viel investieren. Er macht es aber gerade aus Freude am Sport. Dem macht also auch Sport Spaß. Ja, aber ich war zum Beispiel Fußballer und ich war am Tor und ich habe gemerkt, irgendwann, okay, ich wachse nicht mehr und dann habe ich den Sport gewechselt. Dann hast du Badminton gespielt und hast gemerkt, irgendwann bei der Deutschen Meisterschaften, ach du Scheiße, die sind jünger als ich und noch viel besser. Irgendwann war der Mut weg. Ja, fast kann man sagen, ein Dorf von Sportverbänden. Und da ist unsere Geschäftsstelle, das Haus des Sports. Du bist jetzt Generaldirektor. Bestimmst du die Trainingspläne von allen deutschen Sportarten? Genau. Nein, natürlich nicht. Aber welche Rolle hast du? Also ich muss vielleicht kurz sagen, was der DOSB ist. Der DOSB ist das Dach des deutschen Sports, also ein Dachverband. Wir haben keine, nicht die Sportler sind bei uns Mitglied, sondern deren Verbände. Das heißt, der größte Verband ist der Deutsche Fußballbund, DFB. Dann kommt der Deutsche Turnerbund, Deutsche Leichenledigverband und 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 bis zur Deutschen Billardunion. Der Deutsche Schachbund ist auch bei uns drin. Ich wollte gerade fragen, Schach auch? Schach ist auch mit drin, aus sogenannten Bestandsgründen. Was ist das? Naja, heute würden sie vielleicht nicht mehr nach den Regularien aufgenommen, weil ein bisschen zu wenig Bewegung dabei ist. Aber sie waren halt im Sportbund drin und deswegen sind sie drinnen geblieben. Die letzte Aufnahme, glaube ich, war der Deutsche Dachverband. Also der ist auch mit dabei. Bewegung, ne? Genau, und wir haben von dieser Sorte etwas über 60 Verbände und dann haben wir noch 16 Landessportbünde drin und noch 20 Verbände mit besonderen Aufgaben. Das sind zum Beispiel die Betriebssportgemeinschaften, die DJK, also die katholischen Vereine, die CVJM-Vereine, also evangelische und und und. Ich könnte stundenlang erzählen. Insgesamt alles in allem 98 Mitgliedsorganisationen, die 91.000 Vereine vertreten. Und in diesen Vereinen sind über 27 Millionen Menschen Mitglied. Wie wird das finanziert? Also wir als Dachverband finanzieren uns, also die Vereine finanzieren sich natürlich, kommt immer auf die Sportart an und und und. Aber wir als Dachverband finanzieren uns aus Mitgliedsbeiträgen. Also jeder Verband zahlt Mitgliedsbeiträge aus der Glücksspirale. Also bitte viel Glücksspirale spielen. Zum Lottospielen anregen. Zum Glücksspirale spielen. Zum Glücksspielen anregen. Findest du gut? Ja, weil das für einen guten Zweck ist. Das ist die Lotterie, die Gutes tut. Denn das, was da übrig bleibt, kriegt der Sport und kriegen auch ein paar soziale Einrichtungen. Also das ist auch ein Drittel. Und dann haben wir noch die Ringe, die Olympischen Ringe. Weltweit bekanntestes Symbol, die können wir vermarkten. Und dadurch kriegen wir auch noch Vermarktungseinnahmen. Das ist so im Grunde genommen das, womit wir uns finanzieren. Aber jetzt nochmal ein Drittel Glücksspirale, ein Drittel Olympia? Und ein Drittel Mitgliedsbeiträge. Achso. Und bezahlt der deutsche Staat, also bezahlen wir alle für den Sport? Ihr zahlt auch für den Sport, aber nicht über den DOSB. Sondern wir kriegen von der Bundesregierung Geld, um eine Mannschaft zu den Olympischen Spielen, jetzt zum Beispiel nach Sochi oder nach Rio de Janeiro oder letztes Jahr nach London, zu entsenden. Also die sogenannten Entsendekosten werden zum großen Teil vom Bund finanziert. Wie viel ist das? Das ist unterschiedlich, aber das dürften so um die zwischen drei und fünf Millionen sein. Pro Sportler? Nee, nicht pro Sportler, sondern pro Mannschaft. Das sind andere Beträge, als was im Fußball üblich ist. Aber im Olympischen Dorf schläft man auch nicht in Fünf-Sterne-Hotels, sondern in Doppelzimmern. Das müssen die Sportler oder das müssen der Sportverband bezahlen? Warum bezahlt das nicht, wie heißt das, IOC? Das IOC, ja. Die haben das noch Milliarden schwer. Ja, die zahlen da auch vieles davon, aber natürlich müssen wir die Anreisekosten zahlen und auch die Ausrüstung bezahlen. Na klar, weil wir ja als NOK daran teilnehmen wollen. Ja, aber das IOC verdient doch damit Geld, also können Sie doch wenigstens die Sportler bezahlen. Die verdienen damit Geld und dieses Geld geben sie auch zurück an die, die die Olympischen Spiele organisieren. Also Sochi. Zum Beispiel Sochi, Peking, London, also für die reinen Organisationskosten, natürlich nicht für den Bau von Stadien oder sowas. Ja, und wie sind wir darauf gekommen jetzt? Wie das alles finanziert wird, also ich meine, der Staat, also Bundesinnenministerium habe ich irgendwas gelesen. Genau, das wollte ich gerade erklären. Also der finanziert die Verbände direkt. Also das heißt, der Deutsche Fußballbund kriegt natürlich nichts, weil die genug Geld haben. Schön. Der Deutsche Skiverband kriegt auch fast nichts, weil die auch gute Fernsehverträge haben. Du kennst die Wintersportwochenenden, wo immer viel Ski und Biathlon und alles gezeigt wird. Wer bezahlt dafür? Da zahlt das Fernsehen dafür, für die Fernsehrechte. Also an den Skiverband. Die öffentlich-rechtlichen oder die privaten, je nachdem, wer die Sendung macht. Da gibt es auch Werbung und so weiter. Deswegen kriegen das Geld des Bundesinnenministeriums, kriegen die Verbände, die sich nicht selber finanzieren können und das sind die meisten. Das ist zum Beispiel also der Deutsche Turnerbund, das ist der Kanuverband, der Deutsche Ruderverband, Boxen, Ringen, all diese olympischen Sportarten, die eigentlich das ganze Jahr über total spannende Wettkämpfe abliefern, aber die große Öffentlichkeit immer nur bei olympischen Spielen, alle vier Jahre interessieren. Ist da nicht deine Aufgabe zu sagen, komm, wir machen das auch in den vier Jahren, wenn nicht Olympia ist, sind die im Fernsehen und so weiter? Genau, das sagen wir auch, aber da hören nicht immer alle auf uns. Deswegen sage ich das hier auch, ihr müsst auch dann diese Sportarten euch anschauen, wenn gerade nicht olympische Spiele sind. Was ist eigentlich besser für dich als DOSB-Generaldirektor, dass mehr Deutsche Sport machen oder mehr Deutsche Sport gucken? Mehr Deutsche Sport machen, ganz klar. Wir sind ja auch für den Breitensport zuständig, also für den Sport, den wir alle, den ihr alle treibt. Und wir sagen, dass der Sport, insgesamt der organisierte Sport, da auch große Leistungen für die Gesellschaft bietet. Denn wer Sport treibt, wird weniger krank. Wer Sport treibt, tankt Selbstbewusstsein. Sport führt bei Kindern und Jugendlichen dazu, dass zum Beispiel unterschiedliche Nationalitäten eigentlich kein Thema sind, also Integration. Beim Sport machen auch Menschen mit Behinderung mit, Stichwort Inklusion. Also der Sport leitet auch an, Kinder und Jugendliche mit Regeln umzugehen. Also auch mal zu akzeptieren, wenn man eine Niederlage bekommt, eine Niederlage ertragen. Manchmal ist es sogar schwieriger, einen Sieg zu ertragen und dann den Besiegten auch anständig zu behandeln. All das lernt man im Sport. Scheitern gehört dazu. Scheitern gehört dazu, ganz klar. Das kann nicht immer jeder gewinnen. Wir haben gerade über dieses Geld vom Innenministerium geredet. Wir reden viel über Politik und Bankenkrise und so weiter. Ich habe gelernt, wenn einer Geld gibt, dann hat er aber auch zu sagen, was mit dem Geld passiert. Also sagt das Innenministerium irgendwie, okay, ihr kriegt das Geld, aber wir möchten, wir erwarten oder sowas. Ja, also. Irgendwie Medaillen und sowas. Ja, ich verstehe. Also wir haben ja das große Problem gehabt, dass wir während des Nationalsozialismus einen Staatssport hatten. Da ist der Staat ganz schwer missbraucht worden. Auch während der DDR-Zeit gab es diesen Staatssport. Am besten auch, habe ich gelernt. Da gab es auch Doping, aber keinen Staatssport. Mit Staatssport meine ich, dass der Staat bestimmt, was der Sport macht. Und deswegen ist die Autonomie des Sports jetzt im Grundgesetz festgeschrieben. Also der Staat redet uns in unsere eigenen Angelegenheiten nicht rein. Aber natürlich will er und besteht er darauf, das ist auch richtig, als Steuerzahler sage ich das auch, dass der Staat, dass das Geld des Steuerzahlers, also das öffentliche Geld, zweckgemäß ausgegeben wird, sparsam ausgegeben wird, nach dem Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, dass... Keine Fremdwürde. Keine Fremdwürde. Ja, wollte ich ja gerade erklären. Habe ich ja selber gemerkt. Also dass der Staat nur das finanziert, was der, der das Geld kriegt, nicht selber finanzieren kann. Also dass der Staat nur dann hilft, wenn die Leute sich nicht selber helfen können. Und das ist ja bei den vielen Sportarten, die ich gerade genannt habe, der Fall. Und dann leistet dieser Sport natürlich auch was für die Gesellschaft, indem er Vorbilder produziert, indem er das Ansehen Deutschlands in der Welt auch verstärkt. Dann machen wir uns nichts vor. Das ist wichtig. Ja, das ist schon wichtig. Also wie die Leute freuen sich auch. Eine Untersuchung hat ergeben. Die Leute fiebern mit den erfolgreichen Sportlern mit. Nicht nur mit dem Fußball, auch bei Olympischen Spielen. Die freuen sich, wenn wir Weltmeister werden, wenn einer von uns Olympiasieger wird. Und ich meine, es gibt ein ganz schlagendes Beispiel. Boris Becker, Steffi Graf, Michael Stich. Als die Tennis gespielt haben, kennst du nicht, ne? Ne, bin ich später geboren. Ja, schon. Aber du hast vielleicht schon mal die Namen gehört. Ja, aber die haben Sport gemacht. Ne, die haben Tennis gespielt. Ja, die haben Sport gemacht. Die haben Tennis gespielt. Die haben ziemlich erfolgreich Tennis gespielt. Die ersten Wimmelden-Siege von Deutschen geholt. Und dann boomte plötzlich der Tennissport. Alle Tennisplätze waren voll. Überall traten die Kinder- und Jugendlichen-Tennisvereine ein. Dann gab es eine Delle. Dann waren erstmal keine erfolgreichen deutschen Tennisspieler mehr. Da ebbte das völlig ab. Jetzt haben wir die Mädels und auch einige Jungs, die wieder erfolgreich sind. Und prompt geht es wieder los. Also daran sieht man, dass der Sport einfach Vorbilder braucht. Und dass der Breitensport die Spitze braucht, damit er sich entwickeln kann. Das heißt, um den Schachsport in Deutschland zu stärken, bräuchten wir eigentlich einen deutschen Schachweltmeister. Richtig. Also wenn wir einen Kasparov hätten, gehabt hätten, dann wäre das vielleicht auch noch populärer geworden. Also das gilt, glaube ich, für jede Sportart. Dass Erfolg dann eben auch Anhänger produziert und Nachmacher. Also Leute, die dann auch diesen Sport machen wollen. Zum Beispiel jetzt hier, ganz aktuell in London, Beachvolleyball. Jonas Reckermann und Julius Brink, die haben die Goldmedaille gewonnen. Seitdem ist Volleyball plötzlich erheblich populärer. Schön. Ja, das finde ich auch toll. So, jetzt habe ich gelernt, dein Chef ist weg. Erklär uns mal, was da passiert. Also der Thomas Bach, der war 1976, hatte die Goldmedaille im Fechten gewonnen. Das war ein Sportler. Das war ein Sportler. Und der ist dann, als 1980, jetzt muss ich ein bisschen alles vor eurer Geburt, aber ist ja okay. 1980, kurz nach dem Einmarsch der Sowjetunion nach Afghanistan, gab es eine Order, die Olympischen Spiele, die eigentlich in Moscow stattfinden sollten, zu boykottieren. Und auch in Deutschland ist das durchgesetzt worden von der Politik gegen den Sport. In den USA auch. Viele westliche Länder haben die Olympischen Spiele in Moskau dann boykottiert. Und der Thomas Bach war dagegen. Der hat dafür gekämpft als Athlet, weil er seinen Olympiasieg verteidigen wollte. Der wollte gerne da hinfahren. Der wollte nochmal Gold holen. Der wollte nochmal Gold holen. Und vor allem hat er gesagt, wir lassen uns doch unseren Sport nicht von der Politik sozusagen instrumentalisieren. Das heißt, schon wieder ein Fremdwort, also dass es nicht mehr um Sport geht, sondern darum geht, damit politische Ziele zu erreichen, die aber durch einen Boykott einfach nicht erreichbar sind, was sich ja auch da gezeigt hat. Und deswegen ist er dann, weil das nicht gelungen ist, in die Sportpolitik gegangen und wurde dann 1991 IOC-Mitglied. Dann wurde die erste Athletenkommission im IOC, IOC heißt Internationales Olympisches Komitee, wurde dann gegründet. Und dann ist er IOC-Vizepräsident geworden. Und jetzt am 10. September hat das IOC, die Vollversammlung, ihn zum Präsidenten gewählt. Wir sind zwar also kein Papst mehr, aber wir sind EOC-Präsident. So ist es. Aber erklär uns mal, da gab es jetzt irgendwie ein paar Sachen, dass der, also da waren nicht viele happy mit. Warum gab es da Kritik? Naja, die, die ihn gewählt haben, waren schon happy. Das war schon im zweiten Wahlgang. Genau, das war so ein Ding, wer ihn gewählt hat, da haben irgendwelche arabischen Staaten, die irgendwie Diktaturen sind und so weiter. Und der kuwaitische Propagandaminister war mit ihm zusammen. Warum braucht man so eine Unterstützung? Ja, was heißt, also das IOC ist kein Parlament der nationalen Olympischen Komitee, sondern das IOC ist ein Verein von 100, maximal 115 Personen. Und diese Leute wählen den IOC-Präsident. Und die entscheiden, das sind eigentlich ihre wichtigsten Entscheidungen, immer alle zwei Jahre, wo gehen die nächsten Olympischen Spiele hin. Sommer, Winter, Sommer, Winter und so weiter. Und da gibt es keine Fraktionen, sondern da gibt es natürlich Vertreter von internationalen Verbänden, also ich sag mal, der Blatter ist da drin, als Präsident der FIFA. Der ist auch dabei. Der ist auch Mitglied des IOC, genau. Das ist ja krass. Kennst du den? Ja klar, kenne ich den. Das ist einer der meistgehassten auf der Welt. Also ich kenne ihn nicht gut, aber natürlich, weil ich da auch oft da bin, jetzt seit sieben Jahren bin ich an dem Job. Und auf der anderen Seite sind da aber auch Präsidenten von nationalen Olympischen Komitees drin. Also zum Beispiel, es ist neu aufgenommen worden, der Larry Probst, also der Präsident des NOK von den USA, also des USA-Nationalen Olympischen Komitees. Und der Scheich, auf den du gerade angesprochen hast, das ist der… Al-Shabaab oder was? Al-Shabaab heißt der. Der ist halt der Präsident aller Olympischen Komitees weltweit. Der sogenannten ANOK heißt das. Könnte ich jetzt auf Englisch sagen, aber das… Der kowaltische Propagandaminister ist Chef des… Der ist kein Minister mehr, sondern der ist jetzt, der war das mal, genau. Und andere Leute sind halt jetzt dann in anderen Funktionen da tätig, aber die haben keine Fraktion wie in der Politik. Also in der Politik ist ja so, die CDU hat eine Fraktion, die SPD hat eine Fraktion, die Grünen haben eine Fraktion. Und man weiß ungefähr, wie stark sind die unterschiedlichen Fraktionen. Und man weiß ziemlich genau, dass die Bundeskanzlerin, wenn die jetzt, die Angela Merkel, wenn sie jetzt kandidiert wieder als Bundeskanzlerin oder vorgeschlagen wird, dass sie dann gewählt wird. Das heißt, er hat einfach überall in allen Ländern versucht, Stimmen zu fangen? Er hat nicht in Ländern versucht, sondern er hat diese hundert so und so viele Kollegen versucht, von sich zu überzeugen. Und dann haben am Ende, ich glaube, 98 haben abgestimmt, sind ja nicht immer alle da. Und die aus demselben Land dürfen auch nicht mit abstimmen. Thomas durfte nicht für sich stimmen? Doch, der durfte für sich, aber die Claudia Bokel, das zweite deutsche IOC-Mitglied, auch eine Fechterin, die durfte nicht. Und zwar einfach deswegen, weil die Schweizer, das ist ja jetzt nicht gerade das größte Volk, die haben fünf IOC-Mitglieder. Und Deutschland hat nur zwei. Und ganz viele Länder haben gar keins. Im Ernst? Ja. Warum das? Ja, weil das hat sich so ergeben, das IOC-Sitz in Lausanne. Das ist so absurd wie die UN mit dem UN-Sicherheitsrat, wo man auch nach dem Zweiten Weltkrieg, also die Mächte so sind, das ist echt. Warum reformiert ihr das nicht? Nee, weil das ist ja, wie ich schon gesagt habe, das ist ja kein Parlament. Ja, aber das könnt ihr ja machen. Es liegt daran, dass der Blatter als FIFA-Präsident drin ist, der ist nun mal Schweizer. Dass der Dennis Oswald als Ruder-Präsident auch Schweizer ist und dort hineingewählt worden ist. Und so hat sich das ergeben und das IOC ist bemüht, das auszugleichen. Also es gibt eine neue Regel, dass immer nur noch ein IOC-Mitglied pro Land eigentlich Mitglied sein kann. Nur man kann ja die Gewählt-Sinn nicht rausschmeißen. Jetzt ist es natürlich lustig, jetzt ist die, weil wir gerade beim Bundestag waren, die FDP ist rausgeflogen, aber die FDP sitzt jetzt quasi auf dem IOC-Sessel. Der ist so FDP-Mitglied, ne? Ja, Mitglied ist er. Ich bin ja Mitglied der Grünen. Ah, echt? Und ihr habt euch verstanden? Ja, klar. Also ich meine, der liebe Gott hat ja... Ich glaube an Gott? Grüner. Ja, und? Ich glaube noch nicht an Gott. Ich bin auch katholisch. Mein Bruder ist zum Beispiel Generalsekretär des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Okay. Und der hat nur 26 Millionen. Ich habe 27 Millionen. Da habe ich nichts gesagt. Aber jedenfalls, ich wollte sagen, das geht ja nicht immer entlang Parteigrenzen. Man kann sich ja auch mit CDU und SPD und FDP-Leuten gut verstehen. Ja, aber die Kritik war so ein bisschen irgendwie, der ist ja eher so ein Wirtschaftsanwalt und Wirtschaftslobbyist. Und warum ist so ein Mann quasi, klar, er hat Sport gemacht früher, aber warum ist so ein Mann dann Chef? Ja, da musst du jetzt die 49 IOC-Mitglieder fragen, die ihn im zweiten Wahlgang gegen fünf Mitbewerber gewählt haben. Es gab fünf Konkurrenten, also sechs Leute sind angetreten. Und das geht dann so im IOC, wenn keiner die absolute Mehrheit erreicht im ersten Wahlgang, fliegt der raus mit den geringsten Stimmen. Und dann geht es so weiter, bis nur noch zwei übrig sind und er hat schon im zweiten Wahlgang dann die absolute Mehrheit bekommen. Das heißt, er ist da sehr anerkannt. Und die Mitglieder des IOC haben ihm halt zugetraut, dass er die großen Probleme, vor denen der Sport steht, gut lösen kann. Das wäre jetzt mal eine Frage. Also der Sport, der Weltsport hat Probleme. Ja klar. Welche? Naja, also die Integrität des Wettbewerbs, die für uns total... Keine Fremdwörter. Ach ja, stimmt ja. Also, dass eben der Wettbewerb ehrlich vonstatten geht ohne Betrug. Ohne Doping. Ohne Doping, ohne Wettbetrug. Bist du gegen Doping? Wir sind total gegen Doping. Ist Doping in Deutschland strafbar? Doping selber ist nicht strafbar, ist nicht staatlich strafbar, aber der Sport bestraft Doping. Und zwar, wenn einer mit Doping erwischt wird, wir haben ja eine nationale Anti-Doping-Agentur, NADA, die die Sportler kontrolliert. Die heißt NADA. NADA. Null. Ja, Spanisch, wir wollen ja nicht Spanisch reden, ist ja Deutsch. NADA, nationale Anti-Doping-Agentur. Trotzdem lustig. Ja, also die NADA, wenn die einen erwischt, ja, wenn sie einen erwischt mit irgendeiner Substanz, die nicht erlaubt ist im Blut, oder wenn einer dreimal nicht da ist, wenn er kontrolliert werden soll, du musst ja wissen, alle Spitzensportler müssen auf drei Monate im Voraus angeben, wo sie sich aufhalten. Wenn ich jetzt ein Spitzensportler wäre, könnte da vorne durch die Tür einer reinkommen und sagen, so jetzt gib mal dein Blut oder dein Urin, weil ich will jetzt mal gucken, ob du gedopt bist. Aber ich habe auch jetzt gelernt, ich habe das Buch gelesen hier mit Lance Armstrong, der hat ja richtig beschissen, also soll irgendwie die größte Doping-Verschwörung aller Zeiten gewesen sein. Die haben da ihre Wege gefunden, wie man diese Behörden bescheißt. Ja, der Radsport war total verseucht und der Lance Armstrong ist eben erwischt worden, weil Kollegen von ihm gegen ihn ausgesagt haben. Aber ich wollte noch sagen, wenn einer erwischt wird, dann wird er vom Sport sofort bestraft und zwar auf zwei Jahre international. Er darf an keinem Wettbewerb mehr teilnehmen. Er ist sofort gesperrt, während... Aber warum nicht vom Staat? Warum sagt Deutschland nicht, wenn du im Sport betrügst, kommst du ins Knast oder wirst du bestraft? Das kann ich dir sagen, weil wenn ein Sportler in das strafrechtliche Verfahren gehen würde, dann muss bei uns in Deutschland nach dem Grundgesetz der Staat die Schuld beweisen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Da ist doch der Doping-Befund dann quasi... Pass auf, wir hatten mal einen berühmten Fall, ein Läufer namens Baumann, der gesagt hat, ich habe mich gedobt, ich weiß nicht, wie das Zeug in meinen Körper gekommen ist. Und der hat behauptet, da hätte einer mit einer Spritze ihm das Zeug in die Zahnpasta reingespritzt, um ihn sozusagen verdächtig zu machen, damit er also dann auffliegt. Echt? Genau. Und dann, wenn das vor einem staatlichen Gericht landet, dann muss dieses Gericht beweisen, dass diese Behauptung von ihm, diese Ausrede, falsch ist. Aber ist der Beweis nicht, dass er gedobt hat? Ist doch scheißegal, wie das dann quasi... Nee, der sagt ja, ich habe gar nicht gedobt, sondern es war ein mysteriöser Mr. X, der mir das Zeug untergemischt hat. Das ist so wie bei Jesus' Geburt, ich war auf einmal schwanger. Naja gut, ich meine, das kann ja passieren, das kann ja wirklich passieren, dass du irgendeine Speise zu dir nimmst, wo er nicht wusste, dass da irgendwas drin ist, was verboten ist oder ein Medikament oder dass dir das jemand unterschiebt. Und deswegen sage ich... Aber sind das nicht Ausnahmen? Ich meine, das sind wirklich absoluten Ausnahmen. Die meisten, selbst beim Radsport und überall, wo man mitbekommt, dass du einfach... Die werden sich zwei Tage sagen, ah, ich weiß das nicht und dann B-Probe. Ja gut, aber das liegt ja gerade an dem sportlichen System. Bei uns im Sportrecht zählen diese Ausreden nichts. Bei uns muss der Sportler dann seine Unschuld beweisen. Da muss er wirklich beweisen. Umdrehen. Genau, das ist die sogenannte Beweislastumkehr, kein Fremdwort. Sondern also im staatlichen Strafrecht muss der Staat die Schuld beweisen und es gilt die Unschuldsvermutung. Im Sportrecht gilt die Schuldvermutung, wenn man eine positive Probe hat und der Sportler muss seine Unschuld beweisen. Deswegen sagen wir, wir sind erstens schneller. Guck dir das Schumacher-Verfahren an. In Stuttgart wird der Radfahrer Schumacher seit über einem halben Jahr oder über einem Jahr schon steht er vor Gericht. Und das dauert. Und solange ist einer nicht verurteilt. Bevor einer verurteilt ist, gilt er als unschuldig. Während beim Sport wirst du von einem Tag auf den anderen gesperrt. Aber warum, angenommen, Lance Armstrong wäre ein Deutscher gewesen jetzt. Der würde dann quasi jetzt für zwei Jahre gesperrt werden oder für ein paar Jahre gesperrt werden, aber der würde nicht in den Knast kommen. Der müsste irgendwie, der hat ja, wenn ich Sponsoren habe und ich sage, ich mache Sport, ich bin einer der Besten, da steht er wahrscheinlich auch drin, aber wehe, dobst du? Und genau, Jan Ullrich hat das auch gemacht. Warum kommt Jan Ullrich nicht in den Knast? Ja, weil es ein Verfahren gegen ihn in der Form nicht gibt. Weil er ist gesperrt, er kann nicht Radfahren, er verliert seinen Beruf. Das ist ein viel härteres, eine viel härtere Schaden. Aber er hält das an der Million? Nein, also gegen Lance Armstrong laufen ganz viele Schadensersatzklagen der Sponsoren. Also der Mann ist im Grunde genommen aus meiner Sicht erledigt, weil er, und zwar durch das sportrechtliche Verfahren. Der Staatsanwalt hat das Verfahren gegen ihn eingestellt und der Sport hat ihn gesperrt. Und deswegen sagen wir, der Sport bestraft viel härter, denn eins kommt ja hinzu, wenn du in Deutschland eine Straftat begehst und du kommst dann vor den Kadi, erstens muss, wie gesagt, dann deine Schuld bewiesen werden, zweitens kann er in Berufung gehen, er kann sich findige Rechtsanwälte engagieren. Das dauert sehr, sehr lange. So lange gilt er als unschuldig. Und dann beim ersten, wenn du als Ersttäter dann bestraft wirst, zum ersten Mal so eine Straftat machst, dann kommst du ja nicht sofort in den Knast, sondern kriegst du entweder eine Bewährungsstrafe oder eine Geldbuße. Also bis du in den Knast kommst, muss schon sehr viel passieren. Und da, das muss ich dann... Aber das ist ja besser als gar nichts. Ja schon. Wie jetzt. Ja, aber die Strafe einer Sperre, eines Berufsverbotes ist viel härter. Und jetzt will ich sagen, das Strafrecht, das setzt da ein, wo die, die den Sportler überhaupt erst das ermöglichen, das er dobt, die werden vom Staat verfolgt. Also Ärzte, die das spritzen, Betreuer, die das Zeug besorgen, Händler, die damit handeln. Das ist alles strafbar. Der Besitz... Außer der Sportler, der davon profitiert. Ja, aus dem Grund, den ich gerade genannt habe. Aus dem Grund, weil der Sportler eben gesperrt wird und weil der sofort seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, weil das eine härtere Strafe ist. Wir würden mit Zitronen handeln, wenn wir jetzt den Sportler erst in ein jahrelanges Verfahren schicken und er könnte seinen Sport währenddessen weiter ausüben. Okay. Dann habe ich aber auch von unseren Folgen immer gelernt, Selbstregulierung und so weiter funktioniert. Wir sind gleich fertig. Selbstregulierung funktioniert eigentlich immer nur begrenzt. Das ist ja auch im Prinzip so ein Selbstregulierung des Sports. Das sagst du ja gerade. Nee, ich sage, wir brauchen eine vernünftige Arbeitsteilung. Wir haben jetzt zu lange über den Beitrag des Sports geredet, zu wenig über den Beitrag des Staates. Der Staat hat nach der Anti-Doping-Gesetzgebung in Deutschland, die ist dummerweise im Arzneimittelgesetz versteckt. Die müsste man eigentlich herauslösen dort. Im Arzneimittelgesetz steht das alles drin. Achso, es gibt kein Doping-Gesetz oder Anti-Doping-Gesetz, sondern ein Arznei-Gesetz. Ja gut, gesetzliche Bestimmungen gelten, egal wo sie stehen. Aber sie sind da ein bisschen versteckt. In § 6a heißt der. Und da hat der Staat jede Möglichkeit, über Telefonüberwachung, Videoüberwachung, alle Instrumente, die ein Staatsanwalt hat, zu ermitteln. Und das hat dazu geführt, die Gesetzgebung ist 2007 und 2013 verschärft worden, dass in den letzten fünf Jahren die Zahl der Verurteilungen sich verzwölffacht hat. Dass die Zahl der Verfahren sich vervierfacht hat. Also es ist sehr viel mehr. Es sind Doping-Täter fünf Jahre in den Knast gekommen. Also nicht die Sportler, sondern die, die mit dem Zeug gehandelt haben und die es vertrieben haben und die damit die Sportler versorgt haben. Und das ist ein Erfolg. Nur die Sportler müssen noch irgendwie bestraft werden. Ja, die werden noch bestraft. Ja, indem sie nicht mehr Sport machen dürfen. Ja, Leute, das sind Berufssportler, die leben vom Sport. Und die haben von einem Tag auf den anderen ein zweijähriges Berufsverbot, wo sie auch nichts mehr verdienen. Und sie sind ja auch geächtet in der Öffentlichkeit. Und deswegen ist das eine strengere Strafe, als wenn ich ein paar tausend Euro als Geldbuße bezahlen muss nach einem Verfahren, das anderthalb Jahre dauert. Okay, dann... Es ist schwer immer, das, weißt du, das habe ich eben gesagt. Deswegen ist das leider ein bisschen kompliziert auszudrücken, weil es eine differenzierte Argumentation ist. Darum sind wir hier. Genau, deswegen versuche ich das jetzt. Das ist genau das, was man nicht versteht. Und eine Frage noch zum Doping. Da sind wir wieder bei den Banken. Die denken sich immer neue Finanzmittel aus. Wie ist das beim Doping? Laufen wir da nicht auch mehr hinterher? Also es kommt vielleicht irgendwann noch ein Punkt, wo die Welt sagen sollte, okay, wir lassen alle dopen. Also wir... Ja, das wäre ja eine Möglichkeit. Anstatt das zu bekämpfen und zu sagen, wir versuchen das. Sagen, okay, wir machen das frei. Also das wird auch ab und zu mal gesagt. Ja, ja, klar. Im IOC und so. Nicht im IOC, aber in der Politik oder von manchen in der Diskussion wird das gesagt. Aber da sind wir auch total gegen. Weil dann würden Eltern es nicht mehr verantworten, ihre Kinder zum Leistungssport zu schicken. Also das geht nicht, weil diese Dopingmittel sind ja auch gesundheitsschädlich. Die sind ja nicht nur Betrug am Konkurrenten, sondern die sind eben auch, die schädigen die eigene Gesundheit. Und was du eben gesagt hast, dass man mit den Analysemethoden immer ein Stück weit hinterherhinkt. Das ist richtig. Aber dagegen gibt es vor allem zwei Maßnahmen. Das eine, man muss an die Industrie, an die chemische Industrie, die Medikamente entwickeln. Die meisten Dopingmittel sind Medikamente, die auch gegen Krankheiten eingesetzt werden. EPO zum Beispiel ist ein Medikament gegen eine Nierenerkrankung. Und da muss man den Pharmaunternehmen, die sowas entwickeln, aufgeben, dass sie gleich einen Test mitliefern, dass man es entdecken kann. So ist der Schumacher ja auch erwischt worden. Da gab es ein neues EPO-Mittel, das hieß CERA. Und da dachte jeder, das ist noch nicht zu entdecken. Aber das Unternehmen hat den Test mitentwickelt und dadurch ist er entdeckt worden im Jahr 2008. Gut. Das ist das eine. Und das andere ist, die Proben werden bei Olympischen Spielen, aber zunehmend auch bei anderen Sportarten, auf acht Jahre eingefroren. Das heißt, wenn die Analysemethoden weiterentwickelt werden, dann kann man die ausfrieren und kann man sie nachträglich einem Test unterziehen. Und so sind schon einige jetzt auch nachträglich. Das war bei Armstrong genauso. Bei Armstrong nicht, nee. Bei Armstrong waren es wirklich die Kompagnons, die geredet haben, die die Hosen runtergelassen haben. Gut, und dann möchte ich jetzt noch über Sochi reden. Kannst du kurz erklären, was da das Problem ist? In Sochi ist das Problem, dass, anders als in München, wo wir ja olympische Winterspiele durchführen wollen, wo alles im Prinzip da ist, das ist der Olympiapark, da ist in Garmisch, sind die Abfahrten und so weiter, in Sochi war nichts. Sochi ist eine Stadt am Schwarzen Meer und in den benachbarten Bergen, ungefähr 40, 50 Kilometer entfernt, war eben nichts. Es musste alles neu gebaut werden. Ich war ja zehn Jahre Bauminister, ich habe noch nie so große Baustellen gesehen wie da. Da mussten alle Hotels, die drei olympischen Dörfer insgesamt, unten in Sochi selbst sind, ich glaube, sieben Hallen gebaut worden und ein Stadion, wo Eröffnungen und Schlussfeier stattfinden. Die Stadien sind so in so einem Rundkurs angelegt, wo dann auch Formel-1-Rennen stattfinden werden nächstes Jahr. Die bauen alles neu für Olympia. Ist Olympia so, gibt es da so viel Geld? Ja, sie bauen Infrastruktur. Also Russland ist eine führende Wintersportnation, die nach dem Zerfall der Sowjetunion kein eigenes Skizentrum mehr hatte. Also wer in Russland Ski fahren wollte, der musste halt ins Ausland gehen. Und das war eine politische Entscheidung der Staatsführung, das jetzt zu bauen und im Zuge der olympischen Spiele das zu bauen. Aber darum gibt es ja jetzt gerade keine Diskussion. Ja, das ist natürlich, ja klar, also da gibt es eine Diskussion. Ich habe irgendwas von Boykott gehört, wegen Homosexuellengesetz. Ja, das ist das zweite Thema. Aber dieses Thema, die Naturzerstörung ist eben auch ein wichtiges Thema. Habe ich gar nicht mitbekommen. Siehste? Ja. Das ist schon ein Thema. Also das ist schon sehr bedauerlich, was da... Hast du oder habt ihr für Sotschi gestimmt damals? Ich habe dir ja schon gesagt, das entscheidet das IOC, da haben wir nichts zu kamellen. Aber da war Thomas Bach doch dabei. Der Thomas Bach war dabei, aber die Wahl ist geheim. Hat er mir nicht gesagt, wie er gestimmt hat. Gut, aber kommen wir jetzt zu den Homosexuellengesetzten. Wird die deutsche Mannschaft die Olympiade boykottieren? Nein, boykottieren werden wir sie nicht. Ich habe ja eben gesagt, ein Boykott bringt nichts. Und ein Boykott wird auch nicht von der Lesben- und Schwulenbewegung in Russland gefordert. Weil die genau wissen, wenn sie jetzt dazu beitragen, dass die Spiele boykottiert würden, dann wäre ihre Position noch schwieriger. Also es gibt keine ernsthaften Boykott-Forderungen. Aber das ist lustig, dass du das sagst. Mit der gleichen Argumentation habe ich gelesen hier, die Diskriminierung des Spiele 36, wo dann von außen gewarnt wurde, ja, hier die Juden werden in Deutschland diskriminiert. Und dann haben die im Ausland gesagt, ja, aber wenn wir nicht hinfahren, dann werden die noch mehr diskriminiert. Siehst du da parallel zu der Olympiade 36? Diskriminierung von Juden, Diskriminierung von Homosexuellen? Nein, also ich denke, das ist ein langes Thema, aber das kann man nicht über einen Kamm scheren. Aber da werden doch auch Menschen diskriminiert. Es gibt schwule Sportler, es gibt jüdische Sportler. Ja, deswegen haben wir ja auch darauf bestanden, wir haben das IOC, ich führe ganz viele Gespräche mit dem Lesben- und Schwulenverband in Deutschland, mit dem Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, mit dem Russlandbeauftragten, mit Human Rights Watch, mit Amnesty International. Und lass mich informieren darüber. Und die sagen, fahrt hin? Nein, die sagen, wir sollen natürlich dagegen Stellung nehmen. Wir haben ja natürlich auch im Präsidium des DOSB darüber beraten, haben gesagt, das widerspricht den olympischen Prinzipien. Die olympischen Prinzipien sind die olympische Karte. Ja, genau. Bingo. Da kann man doch nicht Olympia machen. Ja, aber man kann doch nicht immer gleich nicht hinfahren, wenn man irgendwo mit solchen Entwicklungen nicht einverstanden ist, sondern man kann vielleicht versuchen, einen Beitrag zu leisten, dass sich da was ändert. Ja, oder man fährt hin und sagt, naja gut, ist uns egal, was hier abgeht, wir machen unseren Sport. Aber das ist genau der Punkt wie 36? Nein, das ist nicht. Nein, nein, 36, hör mal, der Nationalsozialismus, das kann man nicht vergleichen mit einer Situation jetzt beispielsweise in Sochi. Aber natürlich ist es wichtig, die eigene Position deutlich zu machen. Das haben wir gesagt, wir haben gesagt, die olympische Karte beruht auf den Menschenrechten, beruht auf Grundsätzen gegen Diskriminierung, auch wegen sexueller Orientierung. Und der Putin und die russische Regierung haben zugesagt, dass dieses Gesetz, das Homosexualität zwar nicht illegal macht, aber die sogenannte Propaganda dafür illegal macht, wo es nur einen graduellen Unterschied gibt, graduell war schon wieder, also nur einen leichten Unterschied, kleinen Unterschied gibt, das nicht anzuwenden. Während der olympischen Spiele? Ja gut, aber weißt du, ich meine, da ist... Wieder 36, da wurde es auch alles schön. Nein, Entschuldigung, der Sport ist überfordert, wenn du von dem verlangst, dass er politische Probleme alleine löst, die andere, die die Politik und andere nicht lösen können. Das können wir nicht, das kann der Sport nicht. Das heißt, Angela Merkel soll zu Putin hingehen und sagen, wir kommen nicht oder du... Die Angela Merkel geht ja auch nach Russland, die war ja kürzlich in Petersburg und so. Und dann sagt sie ja auch, was ihr nicht gefällt und trotzdem muss man im Gespräch bleiben, muss im Dialog bleiben und kann nicht immer gleich sagen, also wenn mir irgendwo was nicht gefällt, dann rede ich nicht mehr mit dem, dann gehe ich nicht hin und so, das hilft ja letztlich nicht weiter. Du siehst auch, dass man so als junger Mensch immer sieht, ihr verweist immer auf Zettel, die irgendwo sind, ja hier steht das aber geschrieben und ich verspreche, dass ich mich da einsetze, aber handeln? Also es wird ja nie irgendwo mal auf den Tisch gehauen. Das erwarten wir ja mal. Du sagst ja, das ist ja völlig richtig, wir bestehen darauf, aber es kommt ja nichts mehr raus. Ja, aber der Sport kann doch nicht eine Gesellschaftsstruktur verändern. Der Sport kann nicht politische Machtverhältnisse in einem Land verändern. Der Sport ist per se dadurch, dass er so viele Menschen aus so vielen unterschiedlichen Nationen, an Winterspielen nehmen 90 Nationen teil, an Sommerspielen 204, 205 Nationen nehmen teil. Das ist eine Demonstration von Freundschaft, Respekt und Miteinander, das sind die olympischen Werte. Die Leute kommen da zusammen, leben alle in einem olympischen Dorf zusammen, egal welche Rasse, welches Geschlecht, welcher soziale Status, woher man kommt, welche Religion, welche sexuelle Orientierung man hat. Aber Sie dürfen es zeigen? Also natürlich dürfen Sie es zeigen, das habe ich ja gerade gesagt. Das ist uns zugesichert worden, aber du weißt selber, dass im Sport das Outing von Homosexuellen, jedenfalls von Schwulen, nicht sehr weit verbreitet ist. Lesben schon eher, wir haben auch in unserer Mannschaft offen lesbische Sportlerinnen, aber wir haben in der Mannschaft, jedenfalls meiner Kenntnis nach, keinen offenen Schwulen Sportler. Ja, warum ist das so? Sind wir eine homophobe Sportgesellschaft? Naja, ich meine, du gehst auch ins Stadion, oder? Also natürlich gibt es da auch immer noch Schwulendiskriminierung. Und es gibt schwule Profifußballer, von denen man weiß, und warum outen die sich nicht? Ja, das musst du die fragen. Also ich meine, die haben... Die sagen dann nicht, ich habe eine Freundin. Ja, sicher. Ich würde mir auch eine Gesellschaft wünschen, wo jeder Schwule, und ich meine, wir haben eine Gesellschaft, in der es einen offenschwulen Außenminister gibt, wo es... Bingo! Wo es viele... Bürgermeister hier. Genau, der Regierende hier in Berlin. Und im Sport ist es halt leider Gottes immer noch so, dass es offenbar noch nicht so einfach ist. Und ich werde nie irgendeinen zwingen, dass er sich outet. Das muss jeder selber entscheiden. Kollektivouting. Ja, aber... Die ganze Nationalmannschaft sagt hier. Angenommen. Ja, du kannst sowas ja nicht von oben verorten. Sondern das muss jeder selber für sich entscheiden, mit sich selber ausmachen. Gut, und jetzt habe ich noch eine Frage. Letzte Frage mache ich immer. Du bist ja ein Funktionär, bist ja schon lange dabei. Wo warst du am Anfang deiner dieser DOSB-Karriere jung und naiv? Wo hast du gesagt, das gehe ich an? Und wo hast du gemerkt, oh Gott, das habe ich aber völlig falsch eingeschätzt. Also jeder hat ja mal andere Ansichten. Wo hast du dich am radikalsten geändert von Einstellung? Also, wo ich gesagt habe, vielleicht jung und naiv. Ich mache den Job und dieses Zusammenführen von Leistungssport und Breitensport, von NOK, also Olympischen Sport und DSB. Wir sind ja auch für Sportabzeichen zum Beispiel zuständig. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Schade. Nächstes Mal. Nächstes Mal, genau. Wenn du nochmal mit mir rätst. Immer. Das ist leicht zu machen. Und das war dann doch etwas schwieriger. Sportabzeichen. Nee, nicht das Sportabzeichen zu machen, sondern die unterschiedlichen Profile so zusammenzubringen, dass wir eine große Familie sind. Also, dass der Gegensatz zwischen Spitzen- und Breitensport nicht mehr so gesehen wird. Okay. Und die Illusion, die große Illusion, die ich vielleicht hatte, war, dass das ein ruhigerer Job sein könnte als die Politik. Ist es nicht. Wie lange machst du noch? Mal gucken. Mal gucken. Bist du neuer Präsident? Bist du ein wachschen Nachfolger? Ne, da haben wir jetzt jemand anders. Das ist ja ein Ehrenamt, ich bin Hauptamt. Ach, du willst Geld verdienen. Ja, aber das ist ja auch so, oder? Ja, ich bin der Hauptamtliche, ich bin der Leiter der Geschäftsstelle und ja, alles klar. Dankeschön, Michael Vesper, DOSB Sportdirektor, nee, DOSB Generaldirektor. General im Sinne von, wir wollen ja keine Fremdwörter nutzen, General heißt ja allgemein und Direktor heißt dirigieren. Also, ich bin der Allgemeine. Wenn ihr heute Sport macht, dann ist Michael da Teil für verantwortlich. Genau. Dankeschön. Ich bin der Allgemeine. Ich bin der Allgemeine. Armein. Untertitelung des ZDF, 2020